es ist eklig für die augen also ich mag es halt nicht wenn sachen so riesig sind ich bin so nicht gewohnt bei mir ist immer alles auf die höchste auflösung halt eingestellt und dementsprechend die sachen am kleinsten ja der spiel erkennt aber nicht deine auflösung irgendwie anscheinend richtig gerade oder was auch immer sie verstellt haben da drin vielleicht kann man es manuell einstellen irgendwo an der konfig aber es kann auch sein dass ein nvidia treiber in update braucht damit das spiel wieder richtig das erkennen ach das ist die scheiße ist noch im boden egal wenn man nennt hier oder was was ist der segler ja wenn die davor weiter da sind schrank geht das war jetzt irgendwie perfekt achte ja ich meine dass wenn ihr eh noch so ein paar lustige bieten jetzt am anfang ich weiß noch nicht mal wo ich jetzt hier rumkomme oder hier komme ich anscheinend nicht hoch ich habe es auch nur die ersten zwei teile damals gespielt ach der hat die ist drin weg mich diese scheiß blutungskacke und dieses dings franklin hat daran die chance finde ich auch keine und jetzt da geht er ins schrank wo es eigentlich zu ende ist der ist schon weg lange damit der poste das war das erste was er gemacht hat in den schrank gehen deswegen habe ich den schrank zwei dreimal geöffnet anfangs ich gedacht das ist ja bescheuert oder was aber gut ich sag mal heute abend das sind ja keine ernst zu nehmenden hunden in dem sinne das sind ja eher so fun und mal gucken wie die map aussieht und so ne er kommt wieder ich hab das hasi ein bisschen aufgeschöpft nein ehrlich gesagt du bist mir nicht leid weil wer da direkt in den schrank reingeht nur weil er ansatzweise terrorradius hat dafür habe ich trotz des tees und der bauchschmerz nicht so gut gelanget wurde den ersten habe ich durch ich bin direkt neben dir unten auch komm mal hier rüber ja unten hielt ein stück rüber in der ecke rechts links exit habe ich jetzt also es ist ein eckzimmer ja ne ein eckzimmer hier da ist so ein da wo der jetzt wieder geschlagen wurde ne das ist ja oben hier ist der außenbereich okay ich bin da unten oh warte mal ich hab ich hab ich hab ein totem gefunden moment das mach ich mal kurz das ist aber ne blöde stelle hier ja der hat den noob liegen gelassen ne jetzt hiebsen auf ich komm mir echt vor wie so ne oma die durch so ne monocle oder durch so ne Brille kopf der hat auch safe barbecue alles dreimal so groß sieht ey oder? ich hör dich irgendwo oder? ja ich bin hier unten immer noch aber der jen ist gleich durch ne das war der jen von mir den ich gehört hab glaub ich ich hör deinen nicht ne ne das warst du das? ja ja da oh lass uns mal zusammenbleiben hier ja lass mal auf ich weiß nicht wo da siehst du den anderen? äh nö aber ich hab auch keine ahnung wie ich jetzt da wieder hinkomme oh aber er kommt zu links wenn du da gerade ausläufst und dann rechts rum dann kommst du äh in die mitte raus oh warte mal ich glaub da kommt doch gerade kann man hier nie schrecken boah was machst du? ja ich komm nicht da hoch wo wo kommen wir da hoch? ja keine ahnung ich hab eben ne treppe gesehen aber ich weiß nicht mal wo die war boah das ist doch scheiße warte mal hier kommen wir raus ja aber kommen wir bei der hoch irgendwo Kila ist auch wieder in der Nähe ich komm hier nicht hoch hier gibt's keinen aufgang ich laufe mal hier den Gang entlang hey wo kommt gibt's nur die eine treppe ich weiß nicht mehr wo die war hier ist ne treppe ich auch nicht den Gang komplett entlang oh das wird er nicht mehr schaffen ich weiß noch nicht wie wir da hin warte mal die Richtung da ist da ist er scheiße schaffe ich das noch? hm oh ne äh vielleicht gerade noch ja komm 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 es tut mir leid wir haben die treppe nicht gefunden oh komm oh scheiße da ist doch ein Jen boah ist das eine scheiße ey ja das ist echt kacke ey das erste mal auf der Map ja weißt du noch ähm hier das Heilköffelchen du das mal genau achso das ist ein Zweimannchen scheiße äh kannst du den holen der ist da unten wieder der muss wieder runter äh äh kann ich hier runter also ne das könnte die gleiche Ebene sein oder? was ist das die gleiche Ebene? ne ist unten ne ich kann hier runter springen oder? ja ich kann hier kann ich runter springen jetzt muss ich das Hasi retten wo ich eben die ganze Zeit aufgemacht hab ups der ist aber irgendwo hier also runter ist jetzt einfacher als hoch tut mir leid Hasi soll ich dich mal eben heilen so als kleine wiedergut machen wo bist du denn? wo seid ihr? ähm keine Ahnung neben ähm na aufgequollenen oh warte er ist irgendwo hier Toilette äh lauf lauf soll ich dich weiter heilen? ja er ist bei mir ich höre ihn zumindest ja wir hatten hier gerade mega ausschlecht ich dachte er kommt hier zum ach ne er ist oben er ist oben er ist oben mit mir sie läuft hier so rum aber ach ja ich glaub die weiß auch nicht wo Jen ist hier in der Mitte kann man was aufmachen ich meine ich hab ach hier ist der Killerkeller oh ok ich bin im Killerkeller ich hab mir zwar ach hier sind wir jetzt wieder am Anfang wo ich eben war ich hab mir zwar bei Trasar mal die Videos angeguckt ach den Jen hab ich am Anfang gemacht ähm aber ich hab null Plan wo ich jetzt hier rum muss oder so ach so ich dachte der lief hier oben aber wie komm ich jetzt zu dir? wie hat der dich denn da runter gebracht? keine Ahnung der eine ist auch nur hier oben und steht da rum und ja jetzt kommt der einer irgendwie runter ach hier 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 ja ja aber er ist wohl irgendwo in der Nähe ich hab ihn grad noch gehört oben ach ich kann ihn nicht ziehen oh sorry dass es jetzt so lange gibt oh oh das ist ja ne das ist okay das ist eine Scheiße rechts geht die Treppe hoch sollen wir hoch gehen oder? ja lass uns mal hoch gehen dann bleib doch mal eben das Ding jetzt nicht mal her ich geh mal ganz hoch komm mal mit geh mal ganz hoch ach ne hier ist gar kein Aufgang dann heim ich hier dann wird er uns hier vielleicht auch nicht suchen vielleicht ja da hat er mich aber gekillt hier? oh ja aber dann ist er hinter dir her gelaufen hm ich denk mal dass der jetzt denkt dass wir versuchen die Gents zu machen was ich auch gerne versuchen würde der denkt der denkt bestimmt wir sind schon draußen jetzt im Stiebecken ne? ja ja gibt's zu weil hier ist einer hier stimmt setzt du dich mal hier in den Ausgang ne ne mach du das da gibt's kein anderes ach warte mal ich hätte den ach ich doof man ich hätte den eh hin können was war das? irgendwas mit eh hittig man kommt er ist wieder hinter mir ach das Ding geht auch noch zu na super brauche ich gar nicht erst ranzugehen jetzt weil er dich ne hat er dich gar nicht gehittet wieso geht denn das Ding zu? jetzt habe ich dich natürlich verloren weil ich nicht auch gemetzelt werden wollte die anderen werden wahrscheinlich auch erst mal eine Stunde nach irgendein Jen suchen aber dafür drei Gents haben wir schon mal gemacht ne? dafür dass wir null Plan davon haben wo die alle sind ich hab mein Little Baby ihn abgeschmiert weil ich irgendwie geh mal kurz in den Schrank rein ich wünsch dem Baby süße Träume nein das war jetzt nicht böse gemeint aber ich will jetzt auch nicht vom Barbecue hier rein ach sie ist tot ach scheiße hä? was ist hier? diese Göffelchen ok komm ich mal mit oh scheiße er ist hier unten fuck ich habe gerade noch gedacht ich hoffe nein oh scheiße was du das oh das war ein bisschen zu viel aber ich habe ihn abgelenkt du kannst doch weitermachen ja wir haben ihn fertig gemacht hä? guck mal hier raus hä? ich habe mich in der Vitrine in der Toilette verirrt ich bin jetzt irgendwo oben ja also wenn du ihn hörst dann sollte er theoretisch hier oben bei mir sein ja wir müssen auch hoch glaube ich also hier sind viele Studierzimmer ich höre ihn nicht mehr ich glaube er ist nicht mehr hinter mir ach ja er hat Franklin's dabei wieso nimmt man Franklin's mit denn sowieso keiner was dabei hatte doch wir hatten alle was dabei ich hätte was dabei ja ich nicht ich hatte einen Arztkoffer dabei also für Arztkoffer sehe ich jetzt aber nicht einen Franklin's mit zu nehmen das wäre ja albern ich habe die Hedge gefunden könnt ihr sterben? ja ist klar vielleicht kriege ich einen Schlüssel ich halb bitte keinen grünen schade es ist nur eine ich höre ihn wieder ja er ist hier oben in den Schließfächer oh scheiße er geht ah hinter der Kluditter scheiße in den Schließfächern da ist auch ja und die läuft extra hinter mir her damit sie abdunfen kann ich laufe mal wieder nach unten also unten ist die Hedge beim Exit direkt an einem Exit aber ich finde keinen Jen mehr ja der war oben aber den konnte ich jetzt nicht machen weil die extra zu mir wieder gelaufen ist ich bin mal hoch aber wo oben war der das kann ich dir nicht sagen ich bin jetzt einmal durch diese Map gelaufen hast du einen Schlüssel? ne 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 nur eine Werkzeugkiste und der hat mich ja gehitten ne ne die habe ich noch ok ich weiß auch nicht wie die Hedge aussieht ich geh mal ich bin auf deiner Seite drin ich höre ihn schon wieder der weiß dass wir jetzt nach oben gehen aber ich habe keine Ahnung wo ich gehen muss hier ist einer soll ich dich heilen? äh könntest du auch mal eben ja hieß doch so schön hier ist einer au scheiße sorry das hat er gehört nein doch du hörst ein lautes Bumm wenn sowas passiert und der ist schon auf dem Weg lass mich los er ist runter gesprungen ich mach mal den den Dings hier weiter weiter ist Bumm scheiße er wird direkt wieder nach oben kommen warum? ich habe platzen lassen das ist schon wieder auf dem Weg das ist schon wieder auf dem Weg das ist schon wieder auf dem Weg der guckt ihm als erstes hier oben die Dings nahe ne? oh jetzt hat er mich ich geh mit ihm nach unten dass sie dann aber erstmal losläuft ne? die steht erstmal eine Stunde rum und wartet also jetzt hättest du die Möglichkeit den zu machen ja ich find den nicht mehr ey du warst doch oben ja ich bin aber woanders jetzt ey mann in der Nähe von da wo ich hänge nur oben ja natürlich schön wenn ich direkt da drunter gehen hätte der ist bei mir ich kann ihn nicht machen wenn ich ihn nicht finde du standst doch grad direkt daneben nein ich stand nicht daneben jetzt bin ich außen außen in dem Außenbereich ja er ist bei mir gleich wieder ist er noch da? steht der da im Gang? ja ja der geht so ein bisschen um die Ecke und wartet bis mich jemand da ist ist er schon wieder ist jetzt hier unten ach jetzt weiß ich er ist direkt über mir der Jen Scheiße ja aber ich muss dich jetzt holen jetzt steht er wahrscheinlich still ist ein Leatherface nur der kennt eh ja trotzdem musste ich dich holen ach da kommt er ne falsche Redung oh man boah der geht mit durch scheiße verkackt ich bin im Arsch ja und hier ist kein Dings ja komm ey er poppt drauf hä ja komm ey er poppt drauf hä die Hedge ja die kann ich dir nicht beschreiben wo das war an einem Ausgang auf jeden Fall direkt daneben find der jetzt oder wartet der jetzt im Moment most probably nicht Oh, jetzt hat der die Hedge zugemacht. Glaubst du nicht? Wer muss denn kommen? Das Luftschutzkeller ab. Äh, Luftschutzkeller. Hast du gesehen, wo die Ausgänge waren? Ja, das ist hier irgendwo, aber hier unten wird der Dreck stehen gleich. Weil er, weißt du, da hat der nämlich die Hedge zugemacht. Das habe ich nämlich mitbekommen. Ja, hast du mich auch mal bekommen. Ja. Den hängen mich jetzt auf. Scheint noch nie eine Freundin gehabt zu haben, so wie der mich gerade angegaffnet hat. Andererseits bei dem Gesicht bei mir immer. Ja, aber war mir klar, dass der unten direkt wartet, wenn ich da runterspringe. Andererseits, wie soll ich sonst da hinkommen? Ich habe keine Ahnung, wo die Ausgänge sind. Geschweige denn, dass ich überhaupt weiß, wie sie aussehen. Ich denke mal nicht, dass die, äh, so aussehen wie die normalen Eingänge. Hä? Gut, panisches... Ich habe keine Randworte mehr. Ähm, ne, ich auch nicht. Ich habe einen Doppelpip gerade bekommen und bin nicht hochgegangen. Ne. Ich habe einen Doppelpip bekommen, habe aber kein, äh, Dings dazu bekommen hier. Kein, äh, kein Pip oben. Ja, Quatsch. Ne, war kein Doppelpip. War eins vom Doppelpip. Aber, ähm, ich habe unten keins dazu bekommen. Also, spielen wir quasi den ganzen Abend umsonst. Wahrscheinlich wird wieder abgezogen, wenn abgezogen wird. Aber wenn was draufgerechnet wird, dann kommt es wieder nicht. Ach ja, Bugs bei Daylight. Jedes Mal das Gleiche beim neuen Kapitel. Okay. Vielen Dank. Ein Dank. Danke. Danke. Danke.